So, uiuiuiuiuiui. Sind wir fast da? Ne, ne? Achso, wir können uns bewegen. Ja, komische Kameraperspektive. Was denn? Die Festung! Können wir hier in den... Ja, können wir. Können wir, können wir, können wir. Das kann doch nicht wahr sein. Huh, okay. Hat geklappt. Oh, wie man hier sich die Wege... Hallo, Raffi. Erklimmen muss. Aber schaffen wir das? Puh, knapp. Aber geschafft. Wow, 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 okay. Das sind die Markierungen für... Wir sollten uns lieber ein bisschen beeilen. Ja. Boah, wie smooth wir das einfach hier machen. In einem durch. Wir warten hier schon wieder die nächsten auf uns. Gott sei Dank. Können wir... Ne, können wir nicht, okay. Das ist alles nur für so einen blöden Schatz. Hier kommen wir nicht durch? Nein. Okay. Also eine Goldstatue. Eine Goldstatue, die nicht aus Stein gemacht wurde. Sonst würde sie ja nicht Goldstatue heißen. Boxykisten. Boxy. Boxyvase. Macht er nicht. Er macht das einfach nicht. Boah, was ein Ausguck. Guck mal, wie man hier ausgucken kann. Da war noch ein Vogel. Ja, da. Je. Können wir hier mal so ein bisschen... ...lucken, lucken? Ne. Jetzt sieht man noch gar nichts. Aber wenn wir da gleich durchkommen, bricht wieder die Hölle über uns rein. Okay, wir müssen aber irgendwie einen Weg finden. Hä? Ähm. Okay. Irgendwie müssen wir aber einen anderen Weg finden anscheinend. Äh. Gut. Achso, Moment. Wir können einfach hier rüber. Ne, können wir nicht. Ja, da kann er sich auf einmal nicht festhalten. Gut. Na denn... Ist doch die... Ähm. Ja, ne? Ist die Sache doch vollkommen klar. Und zwar müssen wir genau... Und zwar müssen wir genau in diesen langen Wegrichtung. Hm. Hm. Darauf so rumzuwackeln. Äh. Ja, wir könnten die Vasen bestimmt kaputt schießen so. Aber ich will halt keine Muni verschwenden. Ach, wir müssen hier durch das Fenster und weiter. Ach so. Ja gut. Wie jetzt? Hier waren wir noch überhaupt nicht. Jetzt verwirr mich nicht. So, von Ranke zu Ranke. Weiter. Rechts runter. Oh, Junge. Er macht wieder seine eigenen Sachen, ne? Ja, 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 ja. Ja, kommst du da dran, yo. Und schwupp. Perfekt. Oh, ich muss mal zweimal beeilen. Wenn er denn auch das annimmt, was ich drücke. Okay, perfekt. Ich muss durchs Fenster springen. Durchs Fenster? Ja, gut. Okay, Anschwung und... Yes. Okay, war ja einfach der Weg. Oh mein Gott, wir bekommen wieder Munition und Handgranaten. Uns besteht wieder ein Kampf bevor. Oh. Der kleine MP. Was macht denn mehr Sinn? 39 Schuss und hier haben wir viel mehr Schuss, oder? Ach, wir nehmen mal die kleine hier. Wo seid ihr? Dreckskerle. Was habt ihr mit Elena gemacht? Ich fange an, mich um sie zu sorgen. Oh mein goodness. Oh mein goodness. Das ist es eben, ne? Oh. Wir haben nur... Ja, keine Ahnung. Das macht nicht so viel Sinn. Wir haben hier viel mehr Schuss mit jetzt. Wo seid ihr? Oh. Wo seid ihr? Okay, wir müssen einmal... Oh mein Gott, die Granate. Hm. Von da oben auch noch? Okay. Oh, zwei Stück direkt. Oh, 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 oh. Oh mein Gott, wir müssen hier weg. Oh mein Gott. Wir müssen hier weg. Die mit ihren Handgranaten. Hättest du überhaupt nicht. Wo bist du überhaupt? Ich seh dich nicht. Ach da. Jetzt haben wir dich. Da oben ist noch einer. Haben wir. Wie ich einfach immer Viereckdrücke zum Nachladen. Irgendwo war da noch einer. Aber wo? Wo denn? Äh? Ja? Wo denn? What the fuck? Alter, willst du mich verarschen? Ey! Da oben ist der Trickskerl. Komm raus! Und da ist noch einer. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Nein. Da waren doch noch mehr. Da, du, genau. Komm raus! Gehst du da? Ja. Mal gucken, ob das was nützt. Das hat sich gut angehört. Puh. Shit. Ja, keine Ahnung, wir finden hier, wir können irgendwie nur zwei Waffen leider tragen, aber wir finden hier so viel Munition für die unterschiedlichen Waffen so. Echt merkwürdig. Puh, das waren erstmal anscheinend wieder alle. Können wir ihn hier noch looten? Naja. Dann gehen wir mal weiter rauf. Kann jetzt eigentlich nicht mehr so lange sein, bis wir zu der Abschutzstelle von Elena kommen. Müsste eigentlich fast jetzt hier bald sein, oder nicht? Oh Gott, oh ja. Ah, 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 ah. Was haben wir hier? Nix wirklich. Ja, wir nehmen erstmal die MP wieder mit. Also die kleinen, die 9mm meine ich. Da haben wir einfach mehr Schuss gefühlt. Pumpgun brauche ich nicht, will ich nicht. Hier haben wir halt auch wieder 42 Schuss mit der. Ja. Okay, eigentlich reicht eine Handfeuerwaffe von die AK. Eigentlich reicht das. Denk ich mir mal. Ja, achso. Und wo kann man uns denn verstecken? Ey. Ey. Ey, 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 ey. Überhaupt nicht gut. Wo ist er? Oh. Weg, Fettsack. Wo denn? Ja. Irgendjemand ballert da sehr eifrig. Ich weiß nicht so recht schon wo. Hört sich eher rechts an. Wir kommen aber nirgendwo, wo wir uns verstecken könnten oder sowas. Alter, von wo ballert der denn? Der Geist ist krank. Ja, das muss irgendwie von hier kommen, aber... Hä? Äh? Ja, der steht irgendwo dahinter. Das heißt, da geht es bestimmt weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Au, nein. Das ist der Weg, wo wir herkamen. Oh, oh, oh. Verstehe. Okay, wir müssen hier lang. Hier ist aufgepasst. Ja, 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 ja. Da ist ein Fass, dass wir... Oh, da sind Fässer zum Explodieren. Ja. So wollen wir das sehen. Noch einer und noch mehr Fässer. Boom. Hahaha. 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 Ach du Scheiße. Boom. Haben wir ihn. Okay. Oh, da oben. Machen wir einfach so. Sterben schneller und wir sparen noch Munition. Haben wir alle? Haben wir, glaube ich, erstmal alle. Puh. Na schön. Wir könnten das Ding auch verwenden. Geil. Nützt nun jetzt natürlich nichts. Außer es kommt gleich nochmal an der Welle. Gehen wir uns erstmal kurz ein bisschen hier rum. Da ist ein Weg. Müssen wir ins Auto. Haben die hier einen Schatz beschützt? Ich glaube, ich glaube fast nicht. Okay. Können wir nicht ein bisschen Auto fahren? Na komm. Rein da. Geht nicht. Dann ist das hier tatsächlich der richtige Weg. Oh mein Gott. Ja, ja, ja. Drecksack. Bam. Gut. Kommen wir jetzt noch mehr rausgestürmt? Ne, ich bleib bei der 9 Millimeter erstmal. Oh, jetzt sind wir hier auf der anderen Seite. Aha, aha, aha. Erstmal orientieren. Wo müssen wir denn jetzt lang? Oh, da oben ist die Abschutzstelle von Elena. Hoffentlich ist sie nicht zugestoßen. Bevor wir da jetzt hochgehen, gucken wir uns aber noch einmal um. Hier geht es auch nur rauf. Hier ging nochmal eine Treppe runter. Führt aber nicht wirklich irgendwo hin. Ob wir hier noch irgendwo einen Schatz vielleicht finden? Nö, okay. Okay. Dann gehen wir mal hoch, oder? Das sind die beiden Möglichkeiten tatsächlich, ja. Kann man hier noch irgendwas machen? Dreieck, ja. Oder hat sie sich da versteckt? Oh, da ist sie. Ja, die filmt natürlich wieder alles. Oh mein Gott. Alles für die Story. Alles für den Artikel. Alles für alles. Alles für alles. Hä? Was? Ich glaube nicht. Oh nein. Richtig. Oh mein Gott. Ja und Nu? Oh mein Gott. Wo ist das MG? Wo sind die überhaupt? Wo sind überhaupt alle? Oh mein Gott. Hallo, ja. So, damit haben wir schon mal wieder welche erwischt, zumindest. Da ist noch ein Fass. So. I don't know. Hier war das MG, ne? Oder rechts war das MG? Ich hab keine Ahnung. Kommen wir hier auch wieder raus? No. No, 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 no. Kein Revolver hier. Die MP bitte. Da haben wir viel mehr Schuss drauf. Ja, ja. Neues Spielzeug. So, jetzt müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht genau, da unten ist das MG. Nein, doch, doch, doch. Juhu. Ja. Gar keiner mehr da. Haben wir jemanden erwischt? Kommt hier jemand hoch? Nein, auch nicht. Oder? Okay, es wird immer noch geschossen, aber yo. Ich weiß gerade nicht so von wo. Da. Haben wir dich. Oh, 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 oh. Okay. Ist der dahinter? Oh, der steht einfach genau da. So. So. Äh, wo wollten wir... Achso, da oben haben wir Elena gesehen. Und wie kommen wir da jetzt hin? Okay, wir haben den Kampf erstmal wieder überstanden, wie es aussieht, aber... Äh, wo genau sollen wir denn jetzt hin? Erstmal da runter, oder was? Sie war da, aber wir können nicht klettern. Hä? Okay, Moment mal. Vielleicht von dort. Wir gehen mal hier oben lang. Unten ist auf jeden Fall jetzt erstmal alles ruhig. Das ist schon mal gut. Oh. Nicht gut. Wie tippt? Ja. Ich weiß. Hä? Hier durch? Moment, das war das. Ach, einfach nur Licht. Okay. Oh Gott. Okay. Ja, ah, ah, ja, ja. Ach so. Der ist schwer zu treffen. Müssen wir warten, bis er nachlädt. Und dann erwischen wir ihn trotzdem nicht. Ach, da war ein Fass. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Ich meine, gut, dass wir genau das Fass getroffen haben, wo wir auch drauf gezielt haben, natürlich. Weil wir ihn so natürlich in die Luft sprengen konnten. Heilige Scheiße. Einfach runter? Ach so, ja, da wäre auch eine Treppe gewesen, aber das war spektakulärer. Oh, diese Elena. Ich weiß nicht, was ich von der halten soll. Sie ist schon ein bisschen bescheuert. Muss man ja sagen. Oh, was aber hier schön ist. Oh, 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 oh. Was? Ja, ja, ja. Oh, oh, oh. Alla, oh. Ja. Aufhören. Jesus. M79. So wenig Schuss nur. Was muss jetzt? Oh, wir haben zwei Akk... Ne, wir haben die normale MP. Okay. Okay. Hey, du sagst es. Wo kommt der auf einmal her? Okay. Wir wollten mich eigentlich einfach nur ein bisschen umsehen, weil ich dachte, hier sind vielleicht noch... Oh, Granaten. Hier sind vielleicht noch ein, zwei Schätze so unterwegs und dann... Ja, warten da schon wieder die nächsten Gegner. Oder der nächste Gegner. Moment. Ja, können wir nachladen. Yes. Puh. Alles ihnen weggefetzt. Hier müsste mal ein Klempner vorbeischauen. So, PC. Ja, 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 ja. Ich wollte schon sagen, Alphop, Alphop. Ja. Ja, ich frage mich auch schon die ganze Zeit. Wo kommen die eigentlich alle her? Das ist ja übel. Okay, einmal andere Seite. Aber Vorsicht. Ja, scheiße, ey. Ja, das klappt so nicht. Ja, 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 ja. Wir müssen irgendwie gucken, dass die uns nicht treffen können. Obwohl, der könnte uns eigentlich locker treffen, der Vollidiot. Aber es scheint ein Lappen zu sein. Hä? Der hat sich hingelegt. Huh! Ey, wir sind... Ey, 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 ey. Wir sind anscheinend auch Lappen. Oh, er kann sich hinter verstecken. Nein, kann er nicht. Ja, okay. Ey, ey, wo sollen wir denn hin? Sorry, keine Ahnung. Hä? Also, wo sollten wir uns denn jetzt da verstecken? Also, das Spiel ist so an sich schon echt cool. Aber ich finde diese... Das Rumgeballer und die ganzen Gegner ist ein bisschen too much, oder nicht? Man hat echt das Gefühl, das endet halt nie. Drückt immer ein Viereck zum Nachladen. Bin ich einfach von Battlefield gewohnt. Ah ja, keine Ahnung, wie... Ja. Heilige Scheiße. Und das ist nur Schwierigkeit normal. Okay. Komm, einfach von überall. Ja, ist ja schön. Andere Seite. Ach, jetzt haben wir auf einmal wieder eine andere Waffe in der Hand. Ist mir ja gar nicht aufgefallen. War auch nicht beabsichtigt, eine andere Waffe zu nehmen. Ich will meine MP wieder. Die hat viel mehr Schuss. Nein, das ist nicht gut. Okay, wir nehmen die AK. Puh, okay. Das hätten wir erstmal wieder. Bis gleich die nächste Welle wieder einbricht. Vermutlich. Nein, nicht immer die Waffe wechseln hier. Ja, die MP ist halt... Ne? Klar, nicht die stärkste. Aber irgendwie haben wir gefühlt... Dafür die meiste Munition. Wahrscheinlich nicht nur gefühlt. Wahrscheinlich ist das auch so. Ja, jetzt müssen wir nur aufpassen. Ah, wird vermutlich nicht lange dauern, bis die nächsten über uns reinbrechen. Ja. Wie kommen wir hier weiter? Müssen wir irgendwie auf die Plattform hochkommen? Okay, das geht tatsächlich. Einmal kurz gucken, was hier noch geblinkt. Was hier noch so geblinkt. Ah, aber nur eine Pumpgun. Die mit den Geblinkern. Dankeschön. Oh. Nein. Ja, oder dann mach das halt so. Perfekt. Da oben ist noch was zum Ziehen. Da, aha, aha. Springen macht wahrscheinlich keinen Sinn. Nein, runter. Reiß. So. Oh, wir müssen schwimmen. Okay, dann... wieder jetzt hoffentlich keiner auf uns schießen, oder? Obwohl die Musik schon wieder dramatisch wird. Kannst du hier rauf? Ja. Moment, wo müssen wir denn jetzt hin? Oh, stopp. Uh. Ja, das habe ich ja gar nicht gesehen. Okay. So kommen wir auf jeden Fall schon mal hier hin. Perfekt. Hier, Dreieck. Hallo. Hallo. Von vorne. Hallo. Ja. Hallo. Man hört, was... Aha. Und wahrscheinlich müssen wir jetzt auch nochmal auf die andere Seite und an der Kette ziehen, damit das Wasser dann so hoch geht, dass wir gleich an der Treppe weiterkommen, right? Ah, rechts, ja. Hoch. So. 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 Oh, wenn es nicht viel war. Aber es sollte jetzt ausreichen, ja. Okay. So. Andere Seite. Okay. 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 Okay.